Hör auf, dir viel zu teure Bilder aus irgendwelchen Möbelhäusern oder so zu kaufen. Ich habe die perfekten Bilder gefunden für deinen Zinn. Natürlich Displays gibt es, hochwertige Metallbilder, die aber natürlich etwas teurer sind. Aber da wir die möglichst günstigste Variante haben möchten, empfehle ich euch Poster. Das hört sich ja zu dumm an, aber als Poster gibt es jedes einzelne Motiv. Egal ob es euer Lieblingsalbum ist, euer Lieblingsschuh oder euer Lieblingskünstler. Halt einfach alles. Es gibt verschiedene Shops, wo ihr die bestellen könnt. Oder ihr kauft euch auf Etsy die Rechte für das Bild, druckt es dann hochwertig aus und kauft euch einen Rahmen. Günstiger und personalisierter geht es nicht.